Alter, wie viele Schattenviecher wir jetzt schon haben. 17, oder? Kragenechsen, oder? Badewandvoll? Ja. Oh, so Hühner, oh Mann. So in Badewannen halten. Ja. Ist das Freilandhaltung? Nee, nee, das ist Badewannenhaltung. Mann. Ähm, Arlof, du kannst mal die Melonen unten ernten, wenn du willst. So, ich bin schon in der Miene. Achso. So, ich wäre bereit. Ja, ich muss noch alles einsortieren, damit ich aber auch retti. Achso, Kaffee trinken sollst, ne? Ja. Ja. Ich glaube, drei mitzunehmen reicht ja, ne? Also zwei mitnehmen, einen getrunken. Das reicht ja. Safe as Seafood. Und ich habe drei Treppen dabei. Treppen kommen gerade an den Start. Ach, Treppen habe ich vergessen, hole ich mir nochmal schnell. Ich habe alle Items direkt nebeneinander geparkt. Dann könnt ihr direkt einfach von allem ein bisschen was rausnehmen. Ja, ja, kein Stress, kein Stress. Oh, nice. Fahr schon mal vor, fahr schon mal vor. Äh, da sind keine Treppen mehr drin. Achso, warte mal, ich habe jetzt die rausgenommen. Wie viele waren denn das? Ne, nicht zu viele, nicht zu viele. Oh, warte. Ja, ja, das waren viel zu viele. Ja. Hier. Und pack dir einfach schnell wieder in die Truhe. Du saugst es sonst immer wieder selber rauf. Okay, alles klar. Ähm, dann nehme ich selber auch nur drei mit, glaube ich, so. So, jetzt schnell. So, drängt dann einen Auberginen-Parmesan und eine Kürbissuppe zu essen. Ja, habe ich jetzt nicht. Habe ich auch nicht und das dauert auch jetzt zu lang. Okay. Er ist ja so. Kein Problem, ihr könnt doch ruhig meine Arbeit beleidigen. Ne, ne, alles gut. Schön, dass du Verstehenes dafür hast. Hier ist direkt eine Leider. Hier geht es direkt weiter. Wäre noch nice, wenn du sagst, wo. Direkt, wenn du da reinkommst. Also, du kannst es dir ja nicht übersehen. Und direkt an der Seite. Du kannst es übersehen. Jane ist noch den Rücken frei. Nice, danke. Boah, jetzt sind die strolling. Egal, Weg. So, jetzt erst mal das Fuh. So, dein Leben auf? Ja. Äh, nee. Leider. Leider. Ach, Wektor. Hm. Aber hier ist so lang der Weg. Wollen wir hier nicht auch wieder eine Leider machen? Leider. Mach eine. Ja, mach mal. Ja, hier theoretisch auch. Leider, hier oben. Perfekt. Perfekt. Geil. Perfekt. Leider. Leider, nice. Sind wir überhaupt weiter? Nichts auch weiter. Hier ist eine. Hier ist eine. Unten. Ist eine. Perfekt. Ups. Bombe. Schnell hoch. Oh, no. Achso, okay. Ich so, ob das Käfer nicht weggehen, ne? Ja. Leider, links. Okay, perfekt. Warte mal, ob hier ein Loch kommt. Ne, okay. Achso. Ja, gut. Alles gut. Ja, der Käfer hier ist verbuggt. Der bleibt hier die ganze Zeit hin. Ja, aber ich sehe keinen Schaden. Oben rechts, Leider. Lauf, 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 lauf. Oh, my God. Auflauf. Sehr gut. Oh, damn. Oben rechts, Leider. Hört. Da ist noch eine Tasche. Ich habe kaum Leben verloren bisher. Oh. Oh nein, da kommt ein Viech. Oh, Nikio, das ist wieder eine Spirale. Wollen wir wieder eine Leiter setzen? Ja. Ja, gut. Ich mache. Wie hat der mich denn gehittet? Digga. Das verstehe ich auch nicht. Och, nö. Ja, Megabomb ist das Beste. Ich habe sogar zwei Diamanten gefunden. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi, hoi. Verdammt, warum finden wir keine Löcher? Ich will mal direkt die erste Leiter nehmen. Ja, das stimmt auch wieder. Los, jetzt. Leider. Ach, Leider. Perfekt, aber nochmal abwarten. Nee, okay, alles klar. Ach, gleich in der Mitte hier, eine Bombe, Alter. Zack. Aber ich bringe dir auch nicht zu viel. Oder eine Trap. Oh, no. Oh, no, no, no. Ja, siehste, wir hat eine Treppe. Oh, no, 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 no. Ich bin down. Fuck. Scheiße. Leiter. Oh, Leiter. Hast du? Ja. Oben. Oh, alter. Das ist eine Kugel-Logge. Hier ist ne Leiter. Rechts. Oh perfekt. Keine Items lost. Gylon. Gylon Dazele. Ich hab kaum noch Bomben. Ja Leiter. Nie Loch. Sehr gut. Rein da. Oh nein. Jump in. Vier Level. Ja hier. Direkt Leiter. Ja mach mal. Leiter ist hier unten. Unten. Links. Wir haben 17,40. Sehr gut. Du hast nen Totem dabei ne? Ich hab nen Totem dabei ja. Sehr gut. Kann ich gar nicht mehr aufnehmen. Scheiß drauf. So. Was haben wir hier? Ah perfekt. Sehr gut. So gleich hier eine Bombe auch nochmal. Ja ja ich mach Bomben mit rein. Ne. Jetzt nicht weiter. Boah ich kann nix mehr tragen ey. Schwech? Ich hab noch richtig viel freien Platz. So. Ich geh bis Pekulierung. Hier ist ein Loch. Ja perfekt. Ich muss auch gleich mal wieder was fuzen. Huch. Oh ja. Unbedingt was essen. Unbedingt was essen. Ich auch. Ich hab keine Bomben mehr. Ich hab noch Bomben. Und äh ich hab auch keine Treppen mehr. Also ich hab alles auch gebraucht. Ja. Ich hab auch noch Treppen und Bomben. Gut. Dann setz direkt ne Treppe. Ja. Oh da können wir Bomben. Ja hier schöne Bombe rein. Hier in die Mitte. Iridium. Komm her. Oh geil. Ah ok. Doch oben. Ich hab die Bombe abgebaut. 6 Level nochmal. Level 40. Erster Alter wie soll wir denn 100 schaffen. Ja das ist voll krass. Da Alter. Treppe. Ja. So wieder was Foden. Zack. Kaffee. Kaffee ja gute Idee. Auch nochmal nen Shot. Und nochmal Parmesan. Und nochmal Kürbissuppe. So nochmal wieder Bomben am besten. Nimm mal eine hin. Und da mal eine hin. Oh leider. Ja siehst du denn hättest du warten sollen. Ist egal. Ich weiß ja nicht wie viele Bomben du mit hast. Aber ich hab noch 3 Megabombs. Das wars dann auch. So dann hier auf jeden Fall die Augenaufwand nach Iridium. Leiter unten rechts. Gehts. Hört. Oh hier ist ne Truhe. Irgendein Torbahnkram. Iridium Sprinkler. Ach du hast was anderes als ich. Ist ja interessant. Ja ist tatsächlich interessant. So. Hier ist Iridium. Perfekt. Dann. Los komm komm komm. Achso wir müssen beide. 3, 2, 1. Ja ich glaube es war noch einfach. Glaub ich. Ja. Ok. Weiter als weiter. Ich hab noch 2 Bombs. Ja schmeiß mal da. Ok. Guck mal hier eine. Ja. Ja hier lohnt ja nicht für ne Bombe. Und 3 Dinger. Ok dann wieder leider ne. Habe ich noch welche da. Oh Alter. So. Und runter. Wow. Oh. Scheißviecher. Hier. So gut. So eine Bombe hätte ich noch. Leider. Die packe ich mal. Ah perfekt. Aber die packe ich hier hin. Cherry Bomb. Cherry Bomb. Perfekt. Perfekt. Reichweiler hier. Zack. Ach alle. Alles weg. Nicht dass am Anfang dann irgendeine Leiter ist. So jetzt. Ah hier ist ne Treppe. Ich sag's noch. Geil. Sowieso random. Iridium. Sehr gut. Und go. Ja war doppelt. Ja. Nice. So jetzt können wir nur noch so schnell wie möglich hacken. Weil wir nix anderes haben. Ja. Wir sollten beieinander hacken. Damit der andere nicht. Iridium. Sehr gut. Iridium. Nice. Aber warte mal. Wir müssen erstmal die Mumien weghauen. Weil die Nerven zu hart beim abbauen. Und der Ghost. Oh. Alter. Ja. Uuuu. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Das kostet eine wertvolle Zeit. Ja. Oh. Jo. Der Andrus steht auch wieder auf. Du musst kommen. Scheiß auf. Abbauen. Ja. Okay. Ruf. So schnell weg hier. Ja. Hier ist nochmal. Iridium. Ja. Alles. Scheiß. Oh Leiter. Perfekt. Gleich ran. Hier oben noch Iridium. Nö. Hier ist noch Iridium. Sehr gut. Ja. Wieder doppelt. Perfekt. Oh boy. Das ist voll vergessen. Oh oh. Oh oh. Na komm. Sterbt. Oh oh oh. Vorsichtig ne. Ich bin auch fast tot. Ja. Weil ich muss weg. Oh my god. Die ganzen Melonen gar nicht geerntet. Fuck. Ah. Ich brauche eh. Ich heiße. Ich heiße. Ich heiße. Ich brauche live. Shit. Das hätte ich heute machen sollen. Anstatt in die Mine zu gehen. Neu pflanzen. Ist auch nicht schlimm oder? Weiter. Ja. Genau. Ne. Das ist das nicht schlimm. Nur. Wieder weiter. Dann hätte das jetzt heute schon mal einen Tag. Wär das schon mal einen Tag wachsen können. Ich lasse die mal stehen. Ich hoffe die bleiben einfach ganz bis morgen. Ja. So. Ja. Ich glaube wir müssen gleich rollen. Wir müssen eh gleich. Wir müssen eh gleich. Wir müssen zurück. Ins 20. Ja Leute. Ja. Okay. Backport. Backport Leute. Und dann ab in euer Bett da oben. Dann könnt ihr direkt bei eurem Haus raus. Na gut. Ich bin zwar alleine. Aber das ist okay. Das erzähle ich euch. Gerade so. Ach. Boah Alter. Das war gar nicht schlecht. Wir haben keine Ahnung. 5. 6. Iridium Quellen gefunden. Huch. Oh. Terminated. Aha. Oh nein. Ist eingeschlagen oder was. Kann man da jetzt rein. Kann man da rein ja. Geil. Oh. Das müssen wir das nächste Mal erfunden. Oh. Wie in der Arbeitsstufe 10. Geil. Metallbachen für 50% mehr wert. Erzsucher. Die Wahrscheinlichkeit dass Kohle gefunden wird ist verdoppelt. Hä. Warum heißt es dann Erzsucher? Ich habe noch ein Beach Totem jetzt. Und Wild Seeds. Kann ich craften. Ja nice. Was soll ich nehmen? Soll ich lieber die Wahrscheinlichkeit dass es droppt. Dass Kohle droppt. Oder dass Metallbachen sind 50% mehr wert. Das geht auch. Ist eigentlich auch geil. Alter. Dann können wir mit Gold richtig Kohle scheffeln. Eher dass Kohle droppt oder? Ok. Hätte ich auch genommen. Sehr gut. Hä. Wir hätten da einen Trüffel verkauft. Ich will gucken wie viel der wert ist. Ja ok. Wahrscheinlich nicht so viel wie das Öl ne. Ne. Öl ist 1000 irgendwas. Und Trüffel 625. Ja geil auch. Ich habe ein 19 Iridium. Alter. Richtig Beste. Oh da ist eine dicke Melone. Epilepsie Warnung. Letztes Mal habe ich übrigens eine Epilepsie Warnung gemacht. Ja habe ich gesehen. Aber das war auch wirklich notwendig. Das hatte ich tatsächlich ernst gemeint. Ja das war ja übelst. Also das ist geflackert. Ah jetzt schon wieder. Und tot. In die Luft gesprengt. In die Luft gesprengt. Ich bin auch gestorben. Hä. Festgepackt. Äh. Ich bin auf der Farm gestorben. Und habe ITIs verloren. Hä. Geil. Ich glaube weil du ähm es geht nicht darum wo du stirbst sondern wie. nie. Also dass du halt ausgedockt bist. Oder dass du einfach nur eingeschlafen bist. Weißt du. Hm. Weil ich will jetzt nicht wieder umfallen. kein Plan. Vielleicht gucken wir uns mal irgendwie so einen Guide an oder so. Wie die Profis das machen. Mal gucken. Wir müssen auf gutes Lack warten. Wir müssen den Lackcharme haben. Und äh. Stimmt. Das kommt da auch noch dazu. Aber das gute Essen haben wir ja. Vielleicht noch. Und dann noch. Und dann noch Lackfood essen. Ja aber das hatten wir ja. Deswegen haben wir ja die Kürbissuppe. Die ist ja Lackfood. Lackschuh. Okay. Lackschuh. Plus zwei Glück. Plus zwei Verteidigung. Okay. Aber wow wie war richtig nice. Ja auf jeden. Safe. Ja. Du hast nen Durban. Hast du denn jetzt schon wieder. Ja den habe ich gekriegt in der Höhle gerade. White Hoban. Crazy. Ja. Na gut. Verlässt die Hirn. Ich würde dann sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und dabei sein. Abonnieren nicht vergessen. Und euren Kollegen erzählen. Und ich würde sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Outa. Bis zum nächsten Mal. See ya. Ciao Kakao. Wow. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.